Ja, hallo Typ, hier ist wieder Florian für euch, zurück vom 35. Videolog Japanologie in Leipzig. Ja, das Videolog, das ist mit einigen Schwierigkeiten und Problematiken verbunden. Und ich lade jetzt dieses Video hier hoch zusammen mit einem Reupload von den außerunterrichtlichen Angelegenheiten, wo ja irgendwie die letzten, die letzte Minute, die letzten anderthalb Minuten dann in so einem Loop geendet sind. Das will ich nochmal neu uploaden, dass ihr dann euch das auch nochmal für dies interessiert, was ich da die letzten anderthalb Minuten wirklich gesprochen habe, das nochmal anschauen könnt. Ansonsten soll es mir jetzt in diesem Videolog hier, in diesem Teil des Videologs darum gehen, ja, um das fünfte Semester, was jetzt so in diesem Semester ansteht. Es ist ja jetzt Mitte November schon, also ja, ungefähr ein gut ein Monat, anderthalb Monate, die der Unterricht jetzt hier schon läuft. Und ich habe mir natürlich auch wieder einen Stundenplan gemacht mit meinem altbewährten Format, wie ich mir das dann immer auch draußen an die Wand, an die Tür hänge. Leider ist die Farbe in meinem Druck ein bisschen ausgegangen, deswegen sieht man jetzt hier, sieht die Unterschiede ein bisschen schlechter als vielleicht sonst üblich. Aber es ist, wie man sieht, auch relativ übersichtlich, erstmal vom reinen Unterrichtssachen her. Dazu kommt ja wie in den außergerichtlichen, außergerichtlichen, vor allen Dingen außerunterrichtlichen Sachen noch mit dazu erwähnt, ja, die Arbeit als studentische Hilfskraft, die jetzt gerade ein klein bisschen, oder ich mache es jetzt absichtlich gerade ein klein bisschen runter, was bestimmte Gründe hat, zu denen ich dann auch gleich noch kommen werde, wenn man sich hier zu den einzelnen Punkten vom Plan kommt. Und was natürlich wie jedes Semester so ist, ist von Montag bis Donnerstag der Japanisch Sprachkurs, modernes Japanisch 5, weil logischerweise fünftes Semester, mit einem neuen Lehrer, den wir jetzt auch in diesem Jahr haben, also der jetzt schon vor einem Semester angefangen hat, der Jahrgang unter uns kennt, den neuen Lehrern, Herrn Honi bereits, und Frau Sakai, die ja auch das Lehrbuch, mit dem wir auch weiterarbeiten, Nihon no Ima geschrieben hat, ist ja in Rente gegangen. Wir benutzen das Lehrbuch allerdings, also zumindest die, die jetzt mit diesem Lehrbuch angefangen haben zu lernen, sprich wir werden auch mit diesem Lehrbuch hier noch fertig lernen. Zum Lehrbuch komme ich auch gleich nochmal. Und allerdings ist vielleicht eine Sache aufgefallen, und zwar, was auch farblich, naja, minimal anders hier in der Graustufe ist, am Mittwoch, das nennt sich nämlich Medienkompetenz. Das ist etwas, was auch einen jetzt Rente gegangener, alter, ja alter, also Professor, früherer Professor gemacht hat, und zwar der Herr Kobayashi, und Medienkompetenz insofern, dass wir in diesem Modul dazu befähigt werden sollen, uns mit japanischen Medien, vorzugsweise News, Zeitungsartikel und so weiter auseinanderzusetzen, zu verschiedenen Themen und darüber dann, ja, einen Vortrag zu machen. Das läuft in über zwei Semester, dieses Medienkompetenzmodul im fünften und sechsten Semester. Jetzt im fünften Semester ist es so, dass wir in kleinen Gruppen, A drei Leute zusammen sind, und dann alle zwei Wochen über eigentlich ursprünglich sechs Themen, aber wegen ungünstig liegenden Feiertagen mittwochs, genau jetzt diese Woche mit dem Buß- und B-Tag, den es, glaube ich, nur in Sachsen als Feiertag gibt, haben wir dann gesagt, na gut, dann kicken wir eins weg, dass dann jeder fünf machen muss, zu Themen Schakai, also Gesellschaft, Sport, 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 was auch noch, auch Keesai, Wirtschaft, ich glaube, Seiji, also Politik war mit dabei, und was wir bis jetzt schon gehalten hatten war Bunker, Kultur. Also zu diesen Themenbereichen sollen wir uns dann japanische, ja, Newsartikel raussuchen, ob im Internet oder uns eine der wenigen japanischen Zeitungen, die man hier auch in Leipzig kaufen kann, ranholen, und darüber dann in den Gruppen so zwölf- bis 15-minütige Vorträge plus anschließende Diskussionsrunde machen, und im zweiten Semester dann allerdings alleine einen 30-minütigen Vortrag mit PowerPoint und dergleichen halten, deswegen, so nennt sich das Ganze dann Medienkompetenz, das macht auch der Herr Hordie, und zwar anstatt des sonst eigentlich auch am Mittwoch stattfindenden Sprachunterrichts, in den vorherigen Jahren, ich will jetzt nichts Falsches sagen, bin ich mir aber ziemlich sicher, dass es mit viermal Sprachunterricht pro Semester blieb, im fünften und sechsten Semester, und dieses Medienkompetenzmodul Herr Kobayashi dann an anderer Stelle gemacht hat, was im Prinzip ja, glaube ich, logisch ist, weil Frau Sakai das ja nicht gemacht hat, dadurch der Sprachkurstermin blieb, und Herr Kobayashi das an einem Nachmittag gemacht hatte. Jetzt ist es so, uns fehlt sozusagen ein Sprachunterricht in der Woche, es wurde von vier auf drei zusammengekürzt, jetzt im, ja, in dem fünften Semester, und es bleibt auch im sechsten Semester entsprechend so, was ich schade finde, weil mir gefällt das Medienkompetenzmodul sehr gut, es zwingt uns dazu, dass wir die Vorträge logischerweise auf Japanisch halten müssen, also dann Japanisch sprechen, uns eben auch dann im Schriftlichen viel mit dem japanischen Lesen auseinandersetzen, dass wir das auch verstehen, also das Leseverständnis auch für uns selbst, Schulen und dergleichen, aber ich jetzt doch, muss ich sagen, gerne getrennt vom Sprachkurs gehabt, auch von der Zeit, dass man wirklich viermal die Woche Sprachkurs gehabt hätte, wobei beim Sprachkurs auch dazu zu sagen ist, gerade jetzt als aus Japan wiedergekehrter, dass man sich momentan noch ein klein bisschen unterfordert fühlt, was vielleicht auch daran lag, dass wir in der Lektion 3 von dem Buch hier wieder eingestiegen sind, weil der Jahrgang nach uns, die jetzt nicht nach Japan gefahren sind, nur bis einschließlich Lektion 2 gekommen sind, und wir allerdings vor einem Jahr bis einschließlich Lektion 4 gekommen sind, das heißt die Lektion 3 und 4, die wir jetzt schon abgeschlossen haben, das haben wir ja schon einmal durchgemacht, daher haben wir die Übungen, die Übersetzung und so weiter, alles schon gemacht, alles schon notiert gewesen, daher waren die ersten vier Wochen, wo wir uns mit Lektion 3 und 4 von Nihon no Ima, von den zehn Lektionen, die es ja hier drin gibt, beschäftigt haben, die waren dann ein bisschen, naja, mal wieder ins Niveau von dem Buch hier sozusagen reinkommen, jetzt wurde es ein bisschen interessanter, wir sind jetzt schon bei Lektion 5 angekommen, die machen wir diese Woche fertig, Lektion 5 ist Shoku Seikatsu, so, ja, Essgewohnheiten kann man sagen, also Seikatsu ist ja eigentlich der, ja, den Alltag, der Alltag, Alltagsgewohnheiten oder irgendwie sowas in der Richtung, also Essgewohnheiten, und das sind dann jetzt hier also Texte, die wir noch nicht gelesen hatten, bis vor einem Jahr, im Jahr zuvor, also im zweiten Studienjahr, und auch die Vokabeln entsprechend, die Kanji neu, was auch so eine Sache ist, also generell her fühlt man sich zwar ein bisschen unterfordert, aber das Buch hat schon schwierige und anspruchsvolle Texte mit jeder Menge neuer Vokabeln drin, die man sich dann erstmal noch irgendwie reinpfeifen muss, und auch am Ende in der Prüfung wollen die Kanji, die hier in den Listen vorkommen, von dem Buch auch geschrieben werden, und wir haben ja keine wöchentlichen Kanji-Tests mehr, oder sonstige Tests, das ist dann sozusagen alles entweder als Hausaufgabe, oder auf freiwilliger Basis, beziehungsweise macht selbst, nach dem Motto, wird uns da jetzt feierer Hand gelassen, was vielleicht schön für die einen ist, weniger gut für die anderen, die ein bisschen mehr Druck bräuchten, um auch wirklich intensiver zu lernen, also, ja, daher bin ich ein bisschen am Zweifeln, wie ich jetzt den Sprachkurs im fünften Semester konkret einschätzen soll, zu dem Buch ist auch dazu zu sagen, auch wenn wir dieses Buch weitermachen, und wahrscheinlich bis Lektion 9 oder 10 in diesem Semester es dann abschließen, mit der Prüfung, deren Termin auch schon feststeht, ich glaube, 4. Februar, 4. oder 5. Februar, ist dann schon, ist dann die Sprachprüfung, da werden wir dann mehr oder weniger dieses Buch hier abschließen, und es klang schon ein bisschen durch, dass eventuell die Jahrgänge nach uns dieses Buch nicht mehr benutzen, wir wissen es nicht, ich finde auch, dieses Buch bräuchte eine zweite Auflage, wo die vielen Fehler, die da auch drin sind, verbessert werden, dass zum Beispiel manche, jetzt kürzlich haben wir festgestellt, dass einige Fragen zu einem Text hier sind, wo die Namen falsch waren, die waren auf einem anderen Text, der vorher an derselben Stelle stand, die Fragen, also standen die alten Fragen zu den neuen Texten hier drin, stand drin, und auch sonstige manchmal Kanji-Fehler, Lesungs- und Unterstreichungsfehler bei den Vokabeln und dergleichen, also, so sehr es auch für Fehlern strotzt, ist es vom Niveau her, aber schon ein recht anspruchsvolles Buch, wie gesagt, Vokabel-Kanji-technisch, denke ich schon, also, es hat auch seine positiven Seiten, das Buch, aber ich kann durchaus verstehen, dass eventuell, ja, die Japanologie oder die Sprachlehrer dann auf der Suche nach einem anderen Buch für, nach, ja, Minano-Nihongo-Band 2 sind, das hier ist ja sozusagen von Minano-Nihongo-Band 2 das Nachfolge-Lehrbuch dann gewesen, beziehungsweise ist es natürlich für uns immer noch, und, ja, bin ich mal gespannt, was dann das neue Lehrbuch werden soll, wenn es ein neues Lehrbuch gibt, kann auch sein, dass es bei Nihongo immer bleibt, da finde ich dann allerdings, dass es nochmal eine Überarbeitung erfahren, dass wenigstens die Fehler rausgestrichen werden müssten, wenn das der Fall wäre, in der zweiten Auflage oder so, würde ich es auch für ein durchaus gelungenes Lehrbuch halten, also, so streng will ich dann auch nicht damit in die Kritik gehen, ja, ähm, soviel zu Sprachkurs, hatte ich ja gesagt, keine großen Tests mehr, wir gehen jetzt eine Lektion A zwei Wochen durch, so lautet der Semesterplan, wir haben auch so einen Semesterplan bekommen, was wir wann machen wollen, grob alle zwei Wochen eine Lektion abschließen, in dann also nicht acht, sondern sechs Unterrichtseinheiten, weil, wie gesagt, die Mittwoch für diese Medienkompetenz, Kompetenzsache wegfällt, wo ich allerdings für euch dann wieder was eventuell Positives habe, und zwar kann ich, oder wer möchte, kann sich seinen Vortragsteil auf Kamera aufzeichnen lassen, und da habe ich dann auch gleich, das war eine Idee vom Lehrer, da habe ich natürlich mich gleich gemeldet und gefragt, kann ich auch mit meiner eigenen Kamera mich aufnehmen, was er bejaht hat, da müsste ich dann sozusagen die Gesichter von meinen anderen beiden Vortragenden, ja, verpixeln und dann eben nur meinen Teil, den ich vortrage, entsprechend dann, ja, auf Japanisch Vortragen untertiteln und kann es euch dann anbieten, also wieder einen kleinen Ausdruck, Eindruck davon, was wir in diesem Medienkompetenzmodul machen. Ja, mehr möchte ich dazu nicht verlieren, also da werdet ihr dann im Laufe, ja, der nächsten Monate entsprechend eventuell auch Eindrücke aus dem Modul gewinnen. Im Japanisch Sprachkurs selbst ist mir jetzt nicht bekannt, dass wir da nochmal irgendwie einen Vortrag oder etwas dergleichen machen sollen oder müssen. Wir werden hauptsächlich, so wie es aussieht, im Buch oder am Buch weiterarbeiten, haben jetzt vermehrt dann Übersetzungshausaufgaben, also auch mal ein bisschen längeren Text oder längeren Abschnitt, was wir übersetzen sollen, was ich persönlich natürlich sehr gut finde, weil ich ja mal in die Schiene später auch rein möchte. Ja, kommen wir jetzt aber zu den anderen Sachen, weg vom japanischen Sprachkurs, bleibe aber noch erstmal in der Japanologie, bevor ich zu meiner Schlüsselqualifikation für dieses Jahr komme. Am Donnerstag sieht man hier ein Tutorium, das macht ein Masterstudent, der genau wie ich als studentische Hilfskraft eingestellt ist und er entsprechend hier für das Tutorium zuständig. Ich habe da Bachelorarbeit, erstellen, hingeschrieben, aber es ist nicht nur für Bachelorarbeit erstellen, sondern auch für erstellen einer Masterarbeit, was muss man beachten, Schreiben eines Exposés, welche Terminlichkeiten wir einhalten müssen für die Abgabe des Bachelor-Themas und dergleichen, wie macht man Literaturangabe, wie grenzt man das Thema ein. Dazu haben wir dann alle drei, vier Wochen eine Sitzung, die nächste ist diese Woche, bis zu der wir schon mal einen Exposé-Entwurf schreiben sollen und damit komme ich zu dem Grund, warum ich auch jetzt in letzter Zeit nichts hochgeladen habe neben den ganzen sonstigen Arbeiten ist, dass ich ein bisschen hin und her schwankele, was ich thematisch als Bachelorarbeit machen will. Mir wurde angeboten, dass ich eventuell meine Hausarbeit, die ich ja über Karaoke geschrieben habe, zu einer Bachelorarbeit ausweiten kann, wenn ich einen guten Ansatz finde. Den guten Ansatz habe ich noch nicht gefunden, deswegen muss ich jetzt im Laufe der Woche auch mal ein bisschen in die Bibliothek steigen, schauen, was ich an Literatur noch ranholen kann, ein bisschen was lesen und vielleicht noch eine zündende Idee zu bekommen. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich diese Hausaufgabe, die wir jetzt zu dem Donnerstag haben, einen Exposé-Entwurf zu schreiben, ob ich das schaffe bis Donnerstag. Mal gucken. Ja, und da soll also darum gehen, dass wir ein bisschen angeleitet werden oder geholfen werden bei der T-Empfindung, bei dem Erstellen des Exposés, das Exposé soll und so eine Art wie Werbematerial, Vorstellungen des Themas sein, was man dann an den Professor gibt, bei dem man die Arbeit schreiben möchte oder will, muss vielleicht im Falle auch von der Japanologie, wobei man nicht zwingend als Erstkorrektor, man muss ja auch zwei Korrektoren auswählen, Erstkorrektor muss nicht zwingend Frau Prof. Dr. Richter sein, unsere Japanologie-Professorin, wir haben ja noch eine Professur, sondern das kann auch jemand, wenn es jetzt ein Kommunikationsmedien wissenschaftliches Ansatz ist, den man in der Bachelorarbeit verfolgt, zwar mit Japan-Thema, logischerweise kann man eben auch in die Kommunikations- und Medienwissenschaften gehen und dort einen Professor anfragen, ob der zum Beispiel Erstkorrektur oder dann eben Zweitkorrektur machen möchte, das muss ja auch irgendwie, muss man sich dann Leute ranholen, die dann in Verbindung auch mit dem Thema stehen und mit den Methoden, die man anwendet. Und ja, dazu soll also eben dieses Tutorium helfen, ist jetzt glaube ich zum ersten Mal angeboten, soll auch deswegen angeboten werden, weil so die ja, die Themen, Formulierungen und auch die Exposés in den letzten Jahren, wo manchmal katastrophal gewesen sein sollen, was bei unserer Professorin da so angekommen sei, heißt es deswegen dieses Tutorium. Und ich finde, das macht ja, der Masterstudent, der das macht, auch sehr gut und kompetent, also da, ja, habe ich nur Worte des Lobes. Ich meine, ich habe ja schon mal eine Bachelorarbeit hinter mir im Geschichts- und Physikstudium, was ich hier vorgemacht hatte, die ist ja dann mit 2,5 geendet, was angesichts des Aufwands eine sehr gute Note für mich ist, die ich da betrieben habe, aber es sind schon ein paar Sachen, die anders sind, wie das Bibliografieren läuft in der Japanologie anders und es war auch wichtig, die Termine mal zu erfahren. Das ist nämlich so eine Sache, bis, oh Gott, ich will nicht lügen, irgendwann kurz nach Nikolaus am 6.12. ist auch, glaube ich, schon so langsam Einreichungsfrist für die Bachelorarbeit. Vorher sollte man schon das Exposé und Bachelor-Thema ist dann, also im Prüfungsamt ist eine Woche später. Ich habe das auch nicht genau so im Kopf, ich habe da irgendwo einen Zettel für, aber auf jeden Fall, sagen wir, grob Mitte Dezember muss ich wissen, was für eine Bachelorarbeit ich schreiben möchte, über welches Thema und das dann eben bei Professoren und im Prüfungsamt der Japanologie angeben und dazu soll uns dieses Tutorium helfen. Was weitergehen soll, auch danach, um uns, ja, vielleicht dann, wenn es ums Bibliografieren in der fertigen Arbeit geht oder wahrscheinlich wird es dann auch so gehen, wie strukturiert man es, wie macht man ein Inhaltsverzeichnis und so weiter. Im Sommersemester soll das dann weitergeführt werden und wenn es dann wahrscheinlich an die konkreten Formalitäten der Arbeit selbst geht, kann ich mir vorstellen, dass da in die Richtung dann auch noch was stattfinden wird. Und Abgabe der ganzen Bachelorarbeit wäre dann auch schon Ende Juni nächsten Jahres, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre, ist auch dann schon Abgabetermin. Man hat ja 21, 23 Wochen Bearbeitungszeit ab Abgabe beziehungsweise dann Wiedererhaltung des Themas, wenn die Bestätigung vom Prüfungsamt kommt, dass man dazu schreiben darf, hat man 21 oder 23 Wochen Zeit, ich weiß noch nicht genau. Das wäre dann eben Mitte, Ende Juni nächsten Jahres. Das ist also auch schon so ein grobe Fahrplan, was jetzt meinen Bachelorabschluss angeht. Also da müssen wir uns jetzt schon zu Beginn des fünften Semesters intensiv mit auseinandersetzen. Wie gesagt, dazu das Tutorium. Dann, nächste Veranstaltung hier unten, steht da Japan Rückkehrer Vortragsreihe. Ich glaube dazu hatte ich in den letzten Videologs immer schon mal ein kleines Wort verloren gehabt. am Donnerstag und zwar kam ja im August eine Nachricht rein, dass wir über diese Forschungsthemen, mit denen wir uns beworben hatten für das Auslandsjahr im Vorfeld desselbigen, dass wir da dann einen Vortrag darüber halten sollen, wie jetzt unsere Forschungsarbeit gelaufen ist, was für Ergebnisse wir gemacht haben in Japan und wo ich ja gesagt habe, das hatte viele von uns ziemlich überrumpelt und dann hatten wir da ein, ja, ein, wie kann man sagen, einen Brief, einen Sammelbrief, offenen Brief, ja, offenbar es nicht, aber einen Sammelbrief geschrieben an Japanologie, an die Professur beziehungsweise an die wissenschaftlichen Mitarbeiter, der das ganze Modul organisiert, dass wir sozusagen ein bisschen überrumpelt davon sind, Bedenken haben, was das Ganze angeht und es wurde sehr auf uns durchaus eingegangen, bis auf den einen Punkt, dass wir diese Vortragsreihe nicht als Leistungspunkte anrechnen lassen dürfen, wurden uns in vielen Punkten entgegen gekommen, weil wir die ersten auch sind, die diese Vortragsreihe jetzt machen sollen und, ja, es sei auch kein Problem, wenn das Thema wechselt, wie es zum Beispiel auch bei mir der Fall ist, ich hatte mich mit einem Thema damals beworben zu, ich glaube, Ansicht oder Leben als Mensch mit Behinderung in Japan, Diskriminierung, Fragezeichen, genug Angebot, Fragezeichen, sowas in die Richtung hatte ich damals im Hinblick auf Ichi-Ritte-No-No-Nami da, wo ich ja das Tagebuch auch mal irgendwann, und wenn es nur für mich selber ist, übersetzen möchte, hatte ich das als Forschungsthema in Verbindung mit der Übersetzung angegeben, habe die Übersetzung übrigens auch im Auslandsjahr angefangen, allerdings stecke ich immer noch in den ersten Seiten, ich hatte dann nach dem Wintersemesterferien vor Ort nicht mehr groß die Zeit gehabt, noch was dran zu machen, stattdessen habe ich mich dann, bin ich auf die Hausarbeit zurückgekommen, die ich gemacht hatte, zu Karaoke, weil dazu habe ich nämlich tatsächlich eine Umfrage, eine quantitative und zehn qualitative, mehr oder weniger qualitative, so gut wie es vor Ort ging, Interviews geführt zum Thema Karaoke, warum geht ihr zur Karaoke, was erhofft ihr euch davon und so weiter, im Vergleich Austauschstudenten und Japaner vor Ort, japanische Studenten, habe dazu vor Ort, kann man so sagen, gearbeitet und da dann gedacht, na gut, dann kannst du eben deinen Vortrag zu der Hausarbeit machen und fügst dann jetzt eben die Ergebnisse, die du in Japan gewonnen hast aus der Umfrage und den Interviews, die im Unterrichtsverlauf vor Ort erfolgt sind, baust du dann sozusagen in deinen Vortrag mit ein. Es kommt auch irgendwann nochmal, zumindest einer meiner Vorträge vor Ort, die ich über Karaoke gehalten habe, kommt auch nochmal auf diesen Channel hier drauf, sobald ich mit dem Material mal in der Zeitschiene angekommen bin und das Ganze dann auch untertitelt habe auf Deutsch, dann könnt ihr schon mal sehen, wie ich vor Ort das vorgestellt habe. Wahrscheinlich vorher werde ich dann allerdings jetzt schon den Vortrag, den ich selbst schon längst gehalten habe, hier am Donnerstag, dann online stellen und zwar habe ich mich dann gleich für die zweite Veranstaltung gemeldet, dass ich den Vortrag halten möchte, weil ich habe sowas gerne frühzeitig hinter mir, aber dementsprechend war ich dann die ersten Wochen wieder ein bisschen gestresst gewesen, weil ich mir immer alles an den Anfang lege, möglichst an Sachen. Und das Doofe an der Aufzeichnung, die ich da von meinem Vortrag gemacht habe, hier an dem Donnerstag, den ich auch wieder dankenswerterweise an den Dozenten aufnehmen durfte, ist, dass ich die Kamera so blöd gestellt habe, dass sozusagen ein Stück Tafel und dann eben mehr oder weniger gut sichtbar die PowerPoint, die ich zum Vortrag benutzt habe, sichtbar sind und ich selbst laufe fast im Prinzip nie ins Bild, man guckt also ständig auf dasselbe Bild, hört nur meine Stimme und wie die Folie umschaltet, daher werde ich das Video wahrscheinlich eher so machen, dass ich einfach nur die Folie ins Vollbild packe aus meiner PowerPoint- Präsentation und dann genau eben an den Stellen die Folie wechsel, wo ich dann auch im eigentlichen Vortrag die Folie gewechselt habe und eben dann meine Stimme, also die Audiospur von dem Video drunter lege und ja, diese Woche findet die Veranstaltung nicht statt, danach sind es noch, muss ich mal gucken, 1, 2, 3 Sitzungen, dann ist diese Vortragsreihe auch vorbei, also die beenden wir dann schon, ja, vor Jahreswechsel am 11. und 12. ist die letzte, dann sind alle, ich glaube die 15, ungefähr 16 Leute, die, oder 17, die im Auslandsjahr jetzt waren, ja, dann haben wir eben alle die Vorträge von eben den 1, 2 Masterstudenten und unseren ganzen Bachelorstudenten meines Jahrgangs durch und ja, mehr gibt es zu der Veranstaltung im Prinzip auch nichts zu sagen, ich denke, mein Vortrag lief ganz gut, aber das könnt ihr dann selbst beurteilen, ich werde es auch, glaube ich, so machen, durch die Fragen, anschließend gab es eine kleine Fragerunde, dass ich die dann nur schwarz einblende und meine mündlichen Antworten auch so dann wieder mit meiner Audiospur noch gebe, weil es ja dann auch wegen Persönlichkeitsrechte der Stimme der Leute, die Fragen kann man sehr theoretisch auch identifizieren. Ja, was gibt es noch zu sagen? Hier steht eine Sache, das ist eigentlich außerunterrichtlich, Tandem mit Mana, das ist mein eines festes Tandem, was ich dieses Semester leider nur habe, mit einer Germanistikstudentin aus der Shinjo-Universität in Matsumoto, wo ich war, mit der ich eben jetzt donnerstags dann einmal in Tandem mache, die, die vielleicht nicht mehr wissen, was Tandem ist, also sich treffen und dann gegenseitig die eigene Sprache beibringen, also ich rede hauptsächlich Japanisch, Mana hauptsächlich Deutsch und wir verbessern uns, das kann man in einer festen Struktur machen, indem man sagt, heute reden wir über das oder man hilft sich auch gegenseitig bei seinen Hausaufgaben, machen viele oder man spricht nicht einfach frei über das, was einem gerade einfällt oder letztes Mal haben wir es zumindest so gemacht, dass wir ein festes Thema hatten und zwar haben wir uns dann überlegt, einzeln, alleine reisen und in Gruppenreisen, also Gruppenreise versus individuelle Reise, was ist besser, Vorteile, Nachteile, haben wir dann so versucht, ein bisschen auf Deutsch, Japanisch Mix eben drüber zu sprechen. Das läuft also donnerstags jede Woche und ja, dann komme ich zum letzten unterrichtlichen tatsächlich auch hier und zwar montags in der 1515 bis 1845, zwei Blöcke, steht da literarisches Schreiben, das ist meine Schlüsselqualifikation für dieses Semester und ich habe in den sieben Jahren, also das ist jetzt mein siebtes Jahr, was ich hier in Leipzig studiere, inklusive das Auslandsjahr, habe ich mich fünfmal, also sechs von den tatsächlichen Jahren beworben zum Wintersemester für das literarische Schreiben, es wird immer nur zu Beginn des Wintersemesters angeboten, weil es über zwei Semester läuft, das ganze Modul, was eben dazu dienen soll, ja, entweder Prosa oder Lyrik Fähigkeiten zu entwickeln, also das Schriftstellerische von den Teilnehmern und ich dachte, dass es eventuell ganz nützlich sein wird, auch eben als Übersetzer, wenn man Prosa übersetzen möchte, was ich möchte, dass man da auch in der eigenen Muttersprache natürlich ein bisschen das Handwerk des eigentlichen Dichtens und Prosa Schreibens lernt, deswegen wollte ich schon immer mich dafür bewerben, habe es nie zugeteilt bekommen, auch dieses Mal nicht, bin dann aber zur ersten Vorlesung hingegangen und habe gefragt, ob man sich trotzdem reinsetzen darf, da war ich auch nicht der Einzige und da meinten sie, dass sie keinen rausschmeißen, allerdings können sie mir die Leistungspunkte nicht versprechen, da besteht höchstens die Chance, dass ich im Wechsel vom Winter auf Sommersemester, falls dann genügend Leute abgesprungen sein sollten von den eigentlich zugeteilten im Laufe des Semesters, wenn dann genug abgespringen sollten, dass ich dann noch nachrücken kann zum Sommersemester offiziell. Ja und hier ist es auch so, dass wir dann im Prinzip zu jeder Woche eine gewisse Aufgabe haben, wir sollten zum ersten Seminar haben wir gesagt, schicken sie mal irgendwas Schriftstellerisches, was sie schon verfasst haben, in der Vergangenheit irgendwas Kurzes, eine Kurz-Kurz-Kurz-Kurz-Geschichte, Anekdote, Gedichte, irgendwas, einfach mal hin und dann wird hier in der Übung, erst einmal Übung, einmal Vorlesung, in der Übung dann darüber gesprochen, ein bisschen das analysiert, warum haben sie den Erzähler verbindet, wie wirkt das, kann man da was wegkürzen und so weiter, so läuft jetzt eigentlich fast jede Übung aufs Neue, dann sollten wir einmal eine Anekdote schreiben, da habe ich auch eine Anekdote aus meinem Auslandsjahr genommen, die fasse ich vielleicht nochmal in einen etwas größeren Artikel, der vielleicht dann auch auf German Otaku.com erscheinen wird, mal gucken, und jetzt zu diese Woche, ich nehme das jetzt hier gerade an einem Montag nach den Veranstaltungen hier auf, zu dieser Woche war es so, dass wir eine Selbstbeschreibung schreiben sollten, und zwar indem wir uns in eine fremde Person hineinversetzen, das kann eine unbekannte fremde Person sein, oder eine, die uns schon kennt, und die begegnet dann uns, und wir sollen uns sozusagen über diese fremde Person selbst beschreiben, eine Selbstbeschreibung möglichst kurz logischerweise schreiben, was ich eigentlich ganz witzig fand, und das war auch eine sehr interessante Übung heute, ja, und da ist sozusagen die Deadline spätestens irgendwie Sonntagfrühmittag langsam das hinzuschicken über den Grundverteiler, dass eben die Leute dann bis Montag zu der Übung von allen die Sachen schon mal durchlesen können, und dann wird sich so, ja, per Zufall ein bisschen, greift sich dann der Dozent der Übung ein bisschen was raus, und das Ganze wird dann analysiert. Zunächst der Woche sollen wir ein Gedicht schreiben, ich bin absolut nicht der Juryka, das wird seit, keine Ahnung, Gymnasium, erste Klassengymnasium, wo man mal Gedichte so geschrieben hat, vielleicht als Hausaufgabe oder so, wird das mein erstes Gedicht, was ich dann zunächst so schreiben muss, eben hier auch als Hausaufgabe jetzt. Danach gibt es wieder was prosaischeres, wo wir, wie war das genau, wir sollten einen Text über Heimat schreiben, einen Prosa-Text, was genau für eine Prosa-Form wir nehmen, ist uns überlassen, aber ein Prosa-Text, der sich im Weiten mit dem Thema Heimat beschäftigt, das Gedicht übrigens zum Thema Herbst im weiten Sinne oder zum Thema November im weiten Sinne. Mal sehen, das werde ich mir dann gegen Ende dieser Woche überlegen, was und wie ich da schreiben werde. Und ja, sollte in diesen zwei Semestern, wo ich daran teilnehme, natürlich was rauskommen, was wieder mit Japan zu tun hat, wie vielleicht die Anekdote und so weiter, werde ich mal schauen, ob ich das entweder über German Otaku als Artikel und dann als Gedanken zu Video machen kann oder ich stelle es einfach so online, verlinkt es in meinem Tumblr-Blog, den ich außer als Linkssammlung sonst für nichts nutze und sage euch dann hier entsprechend in anderen Video-Logs Bescheid, wenn ich mal irgendeinen Text verfasst habe, falls es euch interessiert, weil ich will ja, ein anderer Grund, warum ich das schon immer belegen wollte, war auch schon seit ersten Semester meines vorherigen Studiums, da wollte ich, wusste ich und wollte ich ja noch nicht Übersetzer werden, wusste ich noch nicht, dass das mal so wird, sondern da war es wirklich, weil ich auch durchaus eigene Ideen mal verschriftlichen und so Feder bringen möchte und dafür erhoffe ich mir ein bisschen, so ein klein bisschen durch die Kritiken und Vorlesungen und Handwerkszeug und so Gedanken, Überlegungen, die man dazu getragen bekommt, dann ja auch ein bisschen fitter darin zu werden. So, das also zu soweit zu Literarischem Schreiben. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Es geht auch, wie gesagt, über zwei Semester. Wir sollen dann als finale Prüfung dieser SQ und dieser Schlüsselqualifikation ein größeres Werk schreiben, was dann entweder so um die zehn Gedichte plus ein kleines Essay ist, warum man welche Form in den Gedichten so benutzt hat oder was wohl sehr am meisten am häufigsten ist, eine Kurzgeschichte schreiben von zehn bis 15 Seiten wurde uns gesagt. Das wird dann also im Sommersemester so der Fall sein. Da freue ich mich im Prinzip schon ein bisschen drauf, wirklich mich mal durch so ein Modul auch zu zwingen, noch ein bisschen mehr aktiv zu sein im Schriftstellerischen, als ich es in den letzten Jahren jetzt war, gerade auch während des Auslandsjahres, wo ich mal abgesehen von der angefangenen Übersetzung für Ichilitero no Nami da nichts weiter gemacht habe. So, das war es jetzt in aller Ausführlichkeit, wie immer, zu meinem Stundenplan in diesem Semester. Und wenn es jetzt über 30 Minuten sind, werde ich eventuell kleine Zeitsprungmarken in die Videobeschreibung packen, mal gucken. und bevor ich jetzt das Video unnötig in die Länge ziehe mit irgendwelchen Gedanken, von dem habe ich noch was vergessen und so weiter. Ne, lassen wir es. Ansonsten gibt es einen Nachtrag in noch einem der anderen Videos, die noch folgen, was ja unter anderem ist, noch ein Video log zu dem, was ich jetzt noch von der Shinji-Universität bekommen habe. Das müsste weniger als 10 Minuten dauern, ich hoffe es. und ja, ich frage euch schon mal, ach ne, das mache ich in dem Shinji-Video, ich glaube da passt es auch ein bisschen besser, weil es immer ums Auslandsjahr geht, mache ich jetzt hier an der Stelle tatsächlich Schluss, ja, Jubel, und sage Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.